Nein! Na los, kid mich! Jawoll! Hello YouTube! Ja, Grüße aus dem Haservorland von mir. Und wie ihr seht, ein neues Video. Und zwar mein erstes Video von NR Adventure Map. Ja, ich habe hier meinen Shader an. Gucken, wie das hier alles so mitmacht. Oh, da sind Schilder. Oder ein Schild. Egal. So, ich bin hier in dem Zelt. Ich finde die 13 Zombieschädel. Ah, okay. Easy bis hard. Game of Survival. Zeit Nacht. Ausrüstung in den Kisten. Viel Spaß. Und auf nimmer Wiedersehen. Okay. Bisschen Fleisch. Ich nehme mal beide Äxte mit. Und beides Fleisch. Was? Ach, scheiße. Habt ihr noch den Game-Mod? Warum hab ich den Game-Mod? Wer weiß von Anfang an an. Ich würde sagen, ich mache auch noch ein eigenes Ressource-Pack an. Nehmen wir mal mein Lieblings-Ressource-Pack. So. Jawohl. Wisschen lang, gehen wir mal erstmal raus. Gucken, weil hier war nämlich der Knopf. Oha, das sieht gut aus hier. Und jetzt. Plupp. Alles geändert. Schon getestet, aber gespielt noch nicht. Gefahr. Nicht betreten. Naja. Dann ja auf jeden Fall. Dann gleich mal gucken. Hier irgendwo eine Kiste. Nee, sieht nicht so aus. Hau ab. Na, wehe, ich sterbe. Tod. Warum leuchtet denn das hier? Oh, geil. Hinter mir ist ein Zombie. Jawohl. Alter, wollt ihr mich verarschen? Junge. Hilfe. Vielleicht mal gucken, ob hier irgendwo Kisten sind. Jawohl. Ist klar. Erstmal gestorben. Gibt's hier keine anderen? Weißt du, wisst ihr was? Ich renne hier einfach durch. Und dann zeige ich euch die Kiste, das alles hier nochmal im Creative Modus. Weil ich finde, die Karte hier sieht sehr nice aus, so wie ich das jetzt hier sehe. Ach, warte, warte, warte. Hier ist eine Kiste. Mensch, hau ab. Hier ist schwarz-weiß irgendwie. So, hier haben wir immer noch. Ach, hier kommst du nicht runter, oder was? Was ist das denn? Oh. Wo ab, du Drecksvieh. Ich renne hier einfach durch. Oh. Oh. Oh mein Gott, eine Hexe und ein Mini-Zombie. Weg da. Ach, und gleich bin ich tot. Und, 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 und. Na, einmal noch. Ah, da oben war eine Kiste. Nein, da war eine Kiste. Und, ah. Verdammt. Ich brauche ein blödes Schwert. Schon wieder die Hexe. Hau ab. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Du, kleine Drecksau. Und die Spinne. Und, oh Mensch, leck mich am Arsch. Das fängt ja gut an. Meine erste Adventure-Map und ich bin nur am Abspacken. Nein. Na los, kid mich. Jawohl. Kommt da alle. Hey, Hausparty. Ha. Und damit immer schnell zurück hier. Das haben wir mal schnell umgeschaltet. So, wir gucken uns die Karte jetzt einfach mal so an. Auf jeden Fall übelst gelungen. Es macht Spaß, man stirbt zwar, aber es macht einfach nur Spaß und es sieht einfach richtig gut aus. Ich fliege jetzt hier mal lang. Ob hier auch noch irgendwo eine Kiste ist. Auf jeden Fall kann ich die Karte nur empfehlen. Ich werde auch den Download-Link reinstellen, wo ich die Karte gedownloadet habe. so viel ich jetzt aus dem Text entnehmen konnte, wurde das von einem Server gebaut. Ich werde auch den Link zu dem Video von denen reinpacken. Auf jeden Fall Respekt an diejenigen, die es gebaut haben. Falls ihr dieses Video hier findet von mir, Respekt. Ihr kriegt übelst einen Daumen von mir, aber richtig dicken, fetten Daumen. Einfach nur der Hammer. So, hier. Ah, siehst du, da unten ist ein Kommando-Block. Jawohl. Gibt es hier noch irgendwo Kisten? Das ist hier so schwarz-weiß irgendwie. Voll cool. So, hier war doch irgendwo noch eine Kiste, glaube ich. Hier oder so. Genau. Zack, zack. Nehmen wir einfach mal alles raus, damit wir mal so sehen können, was da alles so drin ist. So, hier war die Spinne und die Hexe. Hier, ah, hier ist auch eine Kiste. Oh, Steak. Hier, genau, die Hexe. Ah, hier ist auch eine Kiste. Ich fände bestimmt nicht alle Kisten. Kann man sich theoretisch auch nehmen. Warum ist da unten eine Redstone-Fackel? Nein, das ist eine Kiste. Oh ja, eine Diamant-Ax, das wäre jetzt gut gekommen. Wer weiß, was jetzt auf uns zukommt. Oder besser auf uns zukommen wäre. Einen Trichter, da ist nichts drin. Eine Kiste. Noch eine Kiste. Jawohl. Hier wäre dann noch eine Kiste gewesen. Aber ohne Witz, die Karte sieht echt nice aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Geht aber wieder hoch, weil anscheinend geht es nicht weiter. Kann man hier reingehen? Nö. Vielleicht wenn man den Block weg macht. Nö. So, dann wollen wir uns das mal hier von oben angucken. Das Spektakel hier. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Klein, aber fein. Auf jeden Fall, die Leute, die das gebaut haben, ein übelstes Respekt. Sieht richtig gut aus. Macht Spaß. Auch wenn man schnell stirbt. Liegt auch vielleicht daran, dass ich mich da ein bisschen dumm anstelle gerade. Aber egal. Ja. Von den Adventure-Maps. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal ein Like geben. Wenn nicht, ein Dislike. Ja. So weiß ich Bescheid, ob ich weitermachen soll. Ich werde auf jeden Fall so erstmal weitermachen. Ja. Aber erstmal so wissen, ob ihr das überhaupt möchtet. Oder... Oh, hier ist noch eine Kiste. Oder ob ich das einfach scheißegal alles... Ihr wollt keine Adventure-Maps. Dann einfach mal schreiben in die Kommentare. Wisst ihr, wo ihr die findet? Unten, ne? Hehe. Naja. Wir sehen uns und auf Wiedergeschauen.